willkommen zurück bei father and son play for fun heute mal wieder eine runde online erstmal das pferd ein bisschen füttern wichtig dann schauen wir mal in die herausforderung des tages verschnacken das sollte ich kriegen habe ich ja ja ist ja echt nicht so mein ding da war die haut eines tödlichen raubtiers gespendet kleine die katar und perfekte schnappflasche finden taro karten wildblumen zorn attacken durch verschnacken das kriegen wir hin und hier was im bildnislager kochen legendäre tiere fotografiert sieht machbar aus erstmal hier passende knarren anholen mächtig schlecht in dem zustand ich da irgendwo habe ich naja wir gucken erst mal ob da hinten der schnaps bull liegt oder sonst irgendwas da ist der vogel vor die wand geflogen oder ist sogar perfekt dieser geht es nicht aber hier ja sieht's mauer aus ja ist wie es ist naja auch nicht perfekt der trug da an der andere auch nicht ist doch Mist so haben wir schon mal drei perfekte tierkadaver würde ich sagen man hört vielleicht die ballerei da im hintergrund da hinten ist irgendwie ein lager oh nicht heute nein 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 ah falsche taste ja versaubeutelt also man hört vielleicht im hintergrund da die ballerei am lager aber ganz ehrlich da habe ich jetzt keinen bock drauf so geben wir den spaß erstmal ab sonst irgendwo viehzeug zu sehen da stehen aber ein spärchen hier auch kein mensch auch kein mensch auch ein bisschen weit weg auch ein bisschen weit weg das wäre so die richtige zeit für so eine handvoll wölfe oder nicht ja auch nicht getroffen das gibt's doch nicht ja gut das sollte nicht sein dann ist das so man kann ja auch nicht immer glück haben oder Produktion angehalten hier so wo ist denn der perfekte hier da oh das war's glaube ich auch an perfekten kleinen Zeug ja sieht schlecht aus hier oh das ist top notch so dann lass mal den spaß hier erstmal ach der soll welche bestellen genau kann ja jetzt nicht drauf warten ja dann würde ich noch mal dann würde ich sagen oh ich habe ja noch so eine Landkarte offen hier ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh will ich dahin naja wir fahren vielleicht erstmal na nicht setzen eine schnell reise so eine Ladung schwarz gebrannt oh ihr merkt ich bin nicht ganz wach das war heute irgendwie ein anstrengender tab aber was soll es ein paar tagesaufgaben hier erledigen da liegt auch nichts hat gibt es an so und ich hoffe wir haben was fertig ja wenn das alles glatt geht dann haben wir ja die 200 takken direkt mit einer rutsche jetzt müssen wir gehen aber ich muss warnen wir können wir keine Fehler mit diesem püriertee das ist was sie für einen großen Preis und das ist was Marcel hat gegründet ist es nicht? ich habe nicht geglaubt ich habe nicht ich habe nicht gegründet ich habe nicht gegründet ich habe nichts gegründet diese kleinen jaja es kann losgehen und auf gehts so ich denke wie gesagt diese folge wird hier heute etwas länger ich ziehe mal ein paar aufgaben durch und stückel das nicht denn auch hier wie immer ungeschnitten einfach drauf los aber ich ja zugeben muss dass mir die Story gerade irgendwie ein bisschen mehr Laune gemacht also mit Arthur da die Welt zu entdecken finde ich einfach super so wie es aussieht sind hier aber keine Steuerfahnder das ist ja dumm man sieht schon das Navigationssystem würde mich gerade ausschicken aber wir kürzen hier mal ab dann sollten wir der Steuerfahndung entgehen hier muss man nur ein bisschen vorsichtiger fahren weil wenn hier auch nur eine Flasche kaputt geht dann haben wir nicht die 200 Tacken in einer Rutsche und das wäre ärgerlich da müssen wir nämlich zwei fahren hier so ein bisschen mit Gefühl jetzt kann aber sein dass die Steuerfahndung gleich auftaucht oh Gott das ist wenn man woanders hinguckt ja also wir fahren zwei Touren also müde sollte man sich ja nicht an Steuer setzen haben wir jetzt gerade gelernt weil eine Flasche hinüber dann gibt es keine 200 Tacken mehr ja ärgerlich Super hergerlich. Da, 19 von 20 reicht nicht. Das wird nicht reichen. Da seht ihr. Man hört es, da liegt sie. Einsergriff. Fertig. So. Da fehlt noch eins. Ja, ja. Aber, aber bin ich hier nicht in der Nähe von. In der Nähe ist relativ, ne. Er kommt. Da düsen wir dann nachher hin. Vielleicht schmeißen wir erst mal eben. Ne Ladung schwarz gebrannten an. Damit wir nachher auf 200 Dollar kommen. Oh, du bist nicht in der Nähe ist. Aha. Nein. Hier ratten. Oh, da ist eine geflüchtet. Die hole ich mir. Komm Pferdchen hier. Oh, jetzt kommt da noch ein Nebel auf. Das ist nicht gut. Da sind wir hier mal eben die üblichen Stellen ab, wo man so Sammlerstücke findet. Nix. So gar nix. Überhaupt nix. Das ist ja sehr selten. Das ist ja ärgerlich. So sehen wir mal zu, dass der Franzose weiter arbeiten kann. Ne, war's nicht. Päusenpoppy. Boah, dann ist Absinthe mit weg. Ach egal. Es war wurscht. Hauptsache wir verdienen hier noch Kohle. So, dann gucken wir hier mal oben kurz. Was hier noch was zu finden ist. Ja, der Kollege ist auch müde. Aha. Man hört es schon. Tja, da ist leider nix. Auch nix. Auch ein bisschen wenig hier. Glaub ich mal sagen, auf nach Valentin. Dann holen wir uns da, nämlich erst die Münze ab. Wir weiten aber rechts rum, denn vielleicht ist er noch nicht da hochkarte. Tja, oder auch nicht. Super. Und dann nach runter. Ich habe hier irgendwo einfach so... So quasi querfeldein. Scheint doch, hier gehts. Da ist schon wieder los. Oh, 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 oh. Warte, das. so der kollege da hinten aber noch mal glück gehabt dass wir hier plötzlich erschienen sind da war noch kohle tipptopp ja 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 wo ist das ich habe auch noch glück gehabt hier das müssen wir heute überhaupt sammeln und ja genau So, die Landkarte schon mal abgearbeitet. Da ist auch noch was, damit könnte ich die drei Tau-Karten schon für dich haben. Dann würde ich sagen, bringen wir mal eben das Bärenfell zum Lager. Ich würde mal eben schnell sieben Sachen her. Sollte er fix gehen. Ich hab mal wieder nicht auf die Uhr geschaut, aber wie gesagt spielt auch gar keine Rolle. Äh, wir zahlen eine lange Folge. So, perfekt sollten die Tiere ja sein. Ich hab den Hund noch nicht gestreichelt. Ja, das geht natürlich nicht. Soll ich mal sofort nachholen hier. Wo ist er? Da. Mann, Mann, das geht doch nicht. Quasi die wichtigste Aufgabe des Tages. Auch wenn es keine Aufgabe ist, oder? So. Oh. Da können wir was zurücksetzen. Das andere kann man glaube ich nicht zurücksetzen. Da ist nichts zu reißen. Ja. Es gibt wieder ordentlich Gold. Kommen wir hier. Wotwurzeln. Ja. Dann ab zum Hehler. Ah, den Hehler meines Vertrauens. Hm, das kann sich nur um Stunden handeln hier. Oh, nächste Tarou-Karte. Wollte ich auch gar nicht. Wollte die Karte match. Ja, ich hab da keinen Bock hin. Aber ich werd wohl nicht drum herum kommen. Aber Glück, ne, hier vibriert. Aha. Sehr gut. Was ist heute die Aufgabe? Naturkundler, also legendär, die sie fotografiert und Pheromone. Also ich mein, das Geräusch, das wir grad gehört haben, ist ja vermutlich ein legendärer Bison. Da ist es. Und das sollte man fotografieren können. Hoffe ich. Was ist denn? Ah, da. Ja, so viel Zoo, wir düsen zum Hehler. Also gut, hier wird's angezeigt, da ist es gar nicht mehr. Ja, da ist es. Ja, jetzt ziehen wir heute mal nur ne Probe. Sehr gut. Mach uns wieder flott. Auch nix. Ach, das gibt's ja alles nicht. Auch nix. Ja dann. Mal eben hier ein paar Sachen verschneiden. Oh, mehr als drei Sachen hab ich ja gar nicht. Okay. Okay, let's see. Okay. 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 ne Vögelchen wird's auch gut. Da sind doch welche. ne Vögelchen wird's auch. ne Vögelchen wird's auch gut. 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 sagen oder ist ja komplett nur noch auch kacke getroffen noch nichts geschafft quasi oder da fehlen uns noch jede menge sammler ja gut dafür müsste ich eine neue karte öffnen das erledigt sich quasi von allein aber dann wird das heute nichts würde ich sagen tja alles nicht das was wir brauchen nicht Oh ne, komm doch lieber am perfekten Hirschchen mit dir. Und ziehen die eben nur das Völl über die Ohren an. Dann mach schnell zurück zum Lager. Und ich hatte ja ein bisschen was abgearbeitet hier sonst. Können wir das nämlich alles gar nicht spenden. Erstmal perfektes. Jetzt brauchen wir noch, ich glaube sieben kleine Tierkarte. Ja, da sind sie doch. Ja, das hat gereicht. Das noch abgeben. Das. Dann ist auch vorbei hier. So, zwei Sachen erledigt. Wo habe ich jetzt die Stelle passend markiert? Da müssen wir hin. Ich glaube, da ist eine Höhle. Ich bin mir nicht sicher. Naja, wir werden sehen. Ja. 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 Ich habe mal hier quasi in der Gegend sind. auch noch glück so erste schnapsflasche gefunden mal gucken ob wir da die münze finden das ist ja hier manchmal nicht so einfach Ja, ist die Überlegung. Ach so, die ist noch gar nicht offen. Oder, ja dann, ist ja eigentlich, ich dachte, die wäre offener, wenn es nur jetzt noch irgendwie, wer weiß, wo in den Ecken rumkräuchen hier und fläuchen. Da fehlt uns auch nur noch eine. Ja, dann machen wir doch einfach mal eine Karte für Wildblumen auf. Nehmen wir eben die Markierung weg. Ist ja eigentlich Madame Nazar heute. Ah, bei Rhodes. Da müssen wir ja auch Karten nachkaufen. Was ist denn mit dem Pferd nicht in Ordnung? Es läuft irgendwie nicht mit dir. So. Ja, stimmt. Normalerweise sammle ich alles auf, aber heute nicht. Jetzt erstmal hier in die Richtung Puma. Ich hoffe, er taucht auf. Sieht nicht so aus. Denn wir brauchen ja noch das Fell oder den Kadaver meines tödlichen Raubtüres. Klar können wir uns dafür auch irgendwie Alligatoren holen. Oh nein. Da habe ich auch keine Zeit für. Den Kartenstern aus. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Einige habe ich ja gern. Viel Zeit und kein Bock mehr. Das sieht auch schon nicht mehr so gut an. Vielleicht sind die Schnapsflaschen dabei. War nicht so richtig viel dabei. Was ist das hier? Aha. Ja, dann hat das ja doch gelohnt hier. Ja perfekt, dann brauchen wir ja nur noch eine. So an jetzt hier die Blume. War ja mal gespannt. Ah, perfekt. Da ist ja schon. Ja, dann würde ich mal sagen, dann reiten wir mal hin zu einem Stilzenhäuschen. Vielleicht finden wir da ja noch eine Schnapsflasche. Dann wäre die Aufgabe ja auch erledigt. Dann wäre es ja einfach top. So. Das ist die nächste Blume. Da. Oh, eine direkt da. Was ist das denn hier? Ja, schade, 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 schade. Ja. Ja. Eine Idee habe ich noch. Dann düsen wir mal eben da hin. Ja, was soll er hier? So, da bin ich nur über die Pferde geritten. Ah ne, da müsste ich da aufräumen. Da habe ich jetzt gar nichts zu. Dann auf zur Schnapsbrennerei. Ne, mit dem Strawberry glaube ich. Glaube ich schlauer. Kann ich da nicht hinreisen? Ja, ich bin zu nah dran, ne? Na dann, ist das so. Ja. Manchmal dauert es etwas länger, ne? Ja. Oh, hier könnte ich ja Glück haben, dass mir noch irgendwie ein gruseliger über den Weg läuft. Was ist denn wohl das Pflänzchen? Ja. Wie weit bin ich davon? Ich glaube, ich warte immer. Ist das hier unten? Oder ist das mehr da unten? Ja. Ja, perfekt. Also ganz ehrlich, das Pflänzchen suchen finde ich, ist mega langweilig finde ich. Das nervt mich auch. Und Vogeleier geht mir auch richtig auf den Sender. Dann. Noch fix. Die letzte Pflanze. Mann, ist das Reisen heute teuer. Guck mal kurz, wie lange läuft das Video schon? Boah! 50 Minuten. Jetzt müssen wir uns aber ranhalten, denn mehr als eine Stunde kann die Playstation gar nicht aufzeichnen. Dann werden es ja doch noch mehrere Teile. Da ist er. Ja, ist ja auch Sonntag heute, Mensch. Da habt ihr die Ortszeit, euch das anzugucken. In aller Seelenruhe. Wo ist das Pflänzchen hier? Ja. Perfekt. Dann würde ich sagen, auf nach Rhodes. So, Madame Nazar. Neue Karten kaufen. Wir müssen ja was verkaufen, was man mal wieder zu viel in den Taschen hat. Wird denn noch eine Karte für Schnapsflaschen ein oder? Es fehlt hier nur noch eine. Eine fehlt uns noch. Das reicht ja dann auch. Ich nicht so Pücke drauf. da ist gut vielleicht können wir dann auch ein alligator mitnehmen wenn ich die lager nummer damit auch erledigen das ist ja echt die gegend hier die ich am wenigsten mag so schön ist das nicht da ist es doch hier geblieben pferdchen achten sie ist im alten häuschen da sind wir so richtig durch brack wasser das fährt auch immer super schmeißt mich los nie ab jetzt werde hier gefressen wo steht sie denn da ein scotch ja dafür hat es sich natürlich gelohnt was anderes nach also das auch voll wo ist denn wo ist denn wo ist denn da ist glaube ich manchmal ist halt eine pflanze und die kann man glaube ich nur im dunkeln finden glaube ich wissen weiß ich es natürlich nicht was richtig optimal wäre wenn wir noch einen kleinen alligator finden dann hätten wir die auto tödlichen robtiere nämlich zusammen hier ist nix wirklich ärgerlich ist da hinten etwa ein kleiner alligator ist da hinten etwa ein kleiner alligator oder nein warum nicht da oben nicht na komm wir sind mutig da müssen wir gleich aufhören gleich die stunde voll hier und dann schmied die blaze eh ab einer schmied nicht ab sondern da jetzt wird es mir angezeigt 55 läuft die aufnahme schon bei 60 ist schluss also dann machen wir es folgendermaßen ich mache jetzt hier einen cut und quasi direkt weiter vielen dank für euren besuch und dann ja bis zum nächsten mal beziehungsweise bis zur nächsten folge direkt im anschluss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal